Wir schauen jetzt zur Komödie am Keh. Ja, Humor ist eine gute Medizin dieser Tage. Ganz wichtig. Eine Situation, die uns relativ viel abverlangt. Und eines der ersten Theater eigentlich nach dem Lockdown, das wieder aufgespät hat, das war eben die Komödie am Keh. Und dort tritt auf eine Kabarett-Legende. Ja, so ist es. Lachen ist simpel, heißt das Programm. Das, was sie macht, ist alles andere als simpel, sondern einfach in Wahrheit hohe Kunst. Wir freuen uns auf jede gleicher. In der Komödie am Keh wird seit 9. Juli wieder gelacht. Mit dem Kabarett-Lachen ist simpel, will man Leichtigkeit in schwierige Zeiten bringen. So unbegreiflich. Mir auch. Die Leute, die kommen, sind die, die das Theater lieben. So wie wir. Und es ist halt in diesen schwierigen Zeiten für uns auch wichtig, unseren Beruf ausüben zu können und für das Publikum die Stücke sehen zu können. Es geht nach wie vor auf 110 Prozent, wenn der Vorhang aufgeht. Beim Kabarett ist das Schöne für Schauspieler, dass sie halt in wahnsinnig viele Rollen springen können, die verschiedensten Charaktere darstellen und das in einem Rekordtempo mit Umzügen. Also es ist schon eine Herausforderung. Herr Kommerzialrat, sind wir ausgeruhten? Die Grand Dame des Kabarets Edith Leirer liefert mit Unterstützung von Viktor Kautsch, Peter Kuderner und Rochus Millauer viele verschiedene Sketches und aberwitzige Parodien, das kleine familiäre Kellertheater ist nicht nur für die Zuseherinnen eine hautnahe Erfahrung. Und alles schön backenweise in die Tasche schlicht und das möglichst viel reingeht. Ja, 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 Herr Räuber, bitte. Ich fliehe Sie an. Würden Sie so freundlich sein und mir den Empfang quittieren, bitte hier. Und hier das Losungswort einsetzen. Man kommt immer gern runter. Es ist, vor allem man hat diesen Kontakt zum Publikum, die sitzen, man spürt sie, man hört sie, man spürt, wenn sie atmen, wenn sie die Luft anhalten, wenn es spannend wird. Also das ist, das ist hier einmalig. Das gibt es in einem größeren Theater natürlich nicht. Da hast du schon die Distanz von der ersten Reihe, die sitzen dann schon irgendwo. Und das ist da schon sehr, sehr schön, ja. Das ist generell, sind die kleinen Bühnen irgendwo der Herzschlag der Kulturszene. Weil sie mit wenig viel erreichen können. Und seinerzeit sind ja die ganzen großen Vorbilder des Theaters aus dem Keller entschlüpft und da auf die großen Bühnen gekommen. Das hat man zwar versucht, erfolgreich abzudrehen, gelingt aber nicht ganz, Gott sei Dank. Trotz allem ist es für ein kleines Theater wie diesem vor allem in Zeiten wie diesen nicht immer einfach. Ich habe das große Glück, einen Familienbetrieb zu haben, wo alle zusammenhalten und wo wir einfach zusammen und sagen, wir kommen durch diese Krise. Aber wenn die Proben vorbei sind und die Vorstellung vorbei ist, geht es uns nicht so gut. Lachen ist simpel. Jetzt in der Komödie am Kay. Drum wollen wir zum Abschied nicht versäumen, zu sagen, sie waren fabelhaft. Und sie ist fabelhaft und jetzt bei uns im Studio 2. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Eine Revue an Sketches. Da haben Sie auch sicher einiges beigestört. Ja, das meiste würde ich glauben, weil es sind ja doch die Highlights aus 25 Jahren Kabaretttätigkeit, wenn man alles zusammenhält, also schon von Bronner her. Und ich war ja entgegen vieler Annahme nie bei Farkasch, aber ich war beim Flossmann. Lange Zeit im Simpel, 3800 Vorstellungen. 3800 Vorstellungen im Simpel, aber das ist jetzt richtig gehört. Das ist viel, nicht? Ja. Ja, das ist viel. Also, aber dann natürlich die meiste Zeit meines Lebens habe ich Theater gespielt. Aber das hat ja eigentlich mit Kabarett ganz, ganz viel zu tun. Nur, dass man bei Kabarett lernt, mit, ich würde sagen, mit drei Strichen eine Figur zu zeichnen. Es ist ein bisschen was von Karikatur dabei, ja. Aber es ist auch, dass man eine Rolle in ganz, ganz knapper Zeit auf die Bühne stellt als Figur. Nämlich, und nicht diesen breiten Bogen und der Entwicklung hat eines Theaterstückes, sondern es muss gleich klar sein, auch Ihre dunklen und hellen Seite. Also man sollte das möglichst schnell zusammenfassen. Also dieses mit drei Strichen zeichnen, das lehrt einen die Tätigkeit beim Kabarett schon. Jetzt ist das, es ist das natürlich irgendwie, wir sehen es ja auch, das Publikum irgendwie geht von einem Lacher in der nächsten und man kann sich jetzt eigentlich als Zuschauer gar nicht vorstellen, dass ihr nicht auch manchmal lachen müsst. Müssen wir? Wie ist das? Oh, müssen wir. Öfter als uns lieb ist. Wenn überhaupt ein Hopperlass passieren. Das ist ja was Schreckliches. Oder wenn jemand was ganz Treffendes sagt, wie, schau dir in der ersten Reihstatt aus, wie der, du schaust hin, jetzt das mache ich. Ja, wirklich. Und dann, es ist ja so dumm. Man lacht ja so auf der Bühne über Dinge, die im Privat nie lachen würde. Aber da hat man irgendwie einen anderen Hysteriepegel auf der Bühne und da ist man in der Tat also oft lachgefährdet als einem lieb ist. Aber das ist ja nicht unbedingt abträglich für die Stimmung im Saal da, oder? Wenn man selber noch nicht Spaß hat. Wenn das Publikum weiß, weshalb wir lachen auf der Bühne, ist das völlig in Ordnung und die lachen mit. Aber wenn sie es nicht wissen, ist das, würde ich sagen, nicht so gut. Ich bin ja überhaupt eine Gegnerin von Lachen auf der Bühne oder unpassenden Aktionen auf der Bühne, die nicht zum Stück gehören. Aber es passiert einfach, ja? Die Situationskomik, ich meine, die kennen wir alle, die ist natürlich fatal, ist Ihnen bei diesen unglaublich vielen Auftritten mal so ein richtiger Lachkrampf passiert, den Sie innerlich unterdrücken mussten? Es war so arg. Ich bin schon auf allen Vieren auf der Bühne gewesen, im Simpel. Aber wir waren alle vollkommen geschafft, aber das Publikum Gott sei Dank auch. Die haben so mitgelacht. Wir haben uns gegenseitig nicht erfangen. Also das kann passieren. Aber es macht nichts. Im Gegenteil, es bringt ja, schauen Sie, wir verkaufen ja Stimmung. Und das ist ja auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, die Leute müssen wissen, um was es geht. Dann ist es in Ordnung. Sie haben schon kurz angesprochen, Gerhard Brauner hat Sie noch nach Wien geholt. Sie sind mit Qualtinger auf der Bühne gestanden. Nein, nach dem Qualtinger. Nach dem Qualtinger. Der Qualtinger ist gerade weg gewesen. Okay. Und die beiden haben sich ein bisschen überkreuzt gekriegt. Die waren nicht so gut. Und da ist er quasi weggegangen. Der meiner Meinung nach der wesentlich bessere Darsteller war. Bronner war ein Genie in seiner Art, Musik zu komponieren und Ideen zu kreieren und Texte zu schreiben. Also auf der Bühne ist so viel Gehirnschmalz damals zusammengelaufen. Das muss ich schon sagen. Im Vergleich zu heute, das kann man immer mehr vergleichen. Also das war schon eine Freude, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ja, großartig. Weil die Sketches auch immer einen intelligenten Hintergrund. Natürlich haben wir auch Viecher reingebracht, die witzig waren. Aber dazwischen waren immer auch politische Satire. Das ist natürlich das Kabarett, nicht wahr? Und das gibt ja heute. Es gibt ja eigentlich in dem Sinn fast kein Kabarett mehr. Weil was man jetzt sieht, ist Comedians. Also das ist doch eine andere Art, eine persönliche Befindlichkeit der Darsteller, die das dem Publikum vermitteln, was weiß ich, was sie jetzt gerade erlebt haben. Und Kabarett ist Mini-Theaterstücke. Also das ist doch was ganz anderes. Also das, was wir gemacht haben, dieses Nummernkabarett. Jetzt spielen Sie in einer besonderen Zeit. Und viele sagen, Humor ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wie erleben Sie auch, sind die Menschen doppelt dankbar, dass man mal wieder wohl lachen kann? Oder wie erleben Sie das? Ich würde es mir wünschen. Wir haben gestern die Premiere gehabt und die ist Gott sei Dank sehr, sehr gut aufgenommen worden. Es ist viel gelacht worden. Aber natürlich, wissen Sie, wir leiden schon unter der Tatsache, dass sich viele Menschen nicht mehr ins Theater trauen. Und da möchte ich auch für dieses Theater eine kleine Lanze brechen und auch eine Angst nehmen. Denn unsere Direktion, das sind zwei Damen, die unglaublich tüchtig sind und die eine mehr fürs Künstlerische, die andere mehr fürs Büro zuständig ist und die das wunderbar schupfen. Aber sie können ja auch die Menschen nicht zwingen, die die Karten bestellt haben und dann aus Angst vor Corona nicht abholen. Nur hat unsere Direktion unglaubliche finanzielle Anstrengungen für ein kleines Haus unternommen, um eine Abluft und eine Frischzuluft dauernd zu gewähren. Dass nicht die Luft zirkuliert durch eine Air Condition, sondern dass das gewährleistet. Überhaupt wird großer, großer Wert gelegt, selbstverständlich, auf diese Vorsichtsmaßnahmen, welche immer es jetzt sind. Denn das ist ganz, ganz wichtig in der Zeit. Und Gottes Willen, wenn da irgendwo ein Fall ausbricht, kann man sich die Kugel geben. Also das ist mal klar. Und das müssen wir unter allen Umständen verhindern und sind auch sehr bemüht. Es ist also schon eine Maskenpflicht auf jeden Fall beim Reinkommen. Und ich plädiere dafür, dass man sich hinsetzt mit einem Faceshield. Denn das ist besser wie nichts. Ja, ja. Soll schon mehr Reink passiert sein. Dann alles, alles Gute. Ich danke Ihnen herzlich. Es war mir wirklich ein Vergnügen, bei Ihnen sein zu dürfen. Uns auch. Danke herzlich. Danke und alles Gute für die weiteren Vorstellungen. Danke, danke.